ich aufgenommen okay okay wir können nicht schlafen das wird abgefackelt bei dir was soll okay kannst du das das nehme auch kurz die fackeln da weg die kostbaren Sachen wie schnell die warten noch an der Tür oh der hat Eisen gegeben wie geil einfach so ein Zombie okay kannst hier alles anzünden aber ich müsste jetzt noch mal schlafen also wenn jetzt hier wann es da kommen ja so ein Krepp kommt dann reißt du es raus hier kommt gerade einer zu mir ich muss die Not sprengen hör auf oh ich dachte schon kurz bei mir wie viele Blöcke ein ein Block ein Block dann willst du richtig ich hätte mich jetzt wieder vergiftet okay Glas ey das ist dein Glas sag kurz aus ob es dein Glas gibt ey da bei deiner Farm ist jemand gar bin okay da ist hier noch jemanden bei deiner Farm hä wer ich wer hat gefragt hä is so undistig ey mach's NICHT nicht ich sag du bist ein zombie so hast du wie ein zombie ich denk relem들이 du siehst so aus als mich nICHT Okay, lasst du jetzt schlafen für das Video, ne? Ja. Irgendwann kommt wieder irgendwelche privaten Inhalte oder so. Mann, komm, okay. Also, mein nächster Schritt, ich muss sagen, Fortschritt habe ich in den letzten Folgen nicht sehr viel gemacht. Das ist offensichtlich, ne? Ich habe gar nichts gemacht. Spaß, ich habe einen Haushalter gebaut. Ja, ich habe gar nichts. Ich muss auch Dach machen und Treppe hier. Boah, hast du aber echt viel Arbeit, muss ich dir das so geben. Kannst du mir mal Holz spenden? Holz, das will der, also. Ich habe dir doch beim Haus Holz gegeben. Digga, war schlappisch, ich habe alles angezündet, wo die. Digga, wie redest du? Hör dich, wovor ich tiefensteine. Ich was gar nicht als tiefensteine habe. So, Leute, weiter geht's im neuen Minecraft-Projekt. Richtig geil, mal wieder hier. Oh, ja, die Tabulen. Was? Digga, wie riesig. Digga, ich habe fast meinen Haushalt angezündet. Was? Was hat das? Oh mein Gott, richtig krasse Zombies hier. Da muss ich direkt mal einschreiten. Digga, wie redest du? Oh, ich kann Gerüst bauen. Ich habe echt eine gute Stimme, muss ich sagen, oder? Ja, schon voll die Tabulenstimme. Ich kann Stack Gerüst bauen. Digga, irgend so ein Assi-Zombie hat einfach hier bei mir irgendwas akzeptiert und antifatisiert. Was? Digga, wie redest du? Ich habe einen WLAN-Router zu Hause, ne? Ja, Digga, nervt nicht. Im Gegensatz zu dir. Ja. Ja, okay. Ich wusste gar nicht, dass du so geschäftlich tätig bist. Du arbeitest auch recht gut. Ja, genau. Wo ist das jetzt war nicht? Ich muss hier so viele Zombies gehen, ey. Das regt so hart auf. Da krieg ich auch so ne Krawatte hier. Ich hab ne Krawatte. Oh mein Gott, ich hab einfach so nice gestopfen von dem bekommen. Richtig sass. Saske? Da könnte ich direkt Saske abonnieren. Saske abonnieren. Ich hab ja extra sie abonniert. Als ob du so jener abonnierst hast. Da muss ich direkt Sasuke die abonnieren. Wen magst du mir? Sasuke oder Sakura? Boah, das ist schon sehr schwer. Da stellst du schon ne krasse Frage. Da muss man schon die Gehirnzellen anstrengen. Ja, also sowas kann ich nicht. Das ist echt zu viel für mich. Was? Was hast du? Ah, ich weiß nicht, wie ich das genau machen soll. Oh mein Gott, wir haben uns gegenseitig gekillt. Was? Ich hab grad so ein Skelett gekillt, du Emo. Tegar. Tegar. Ich baue mir jetzt mal eine kleine Farm. Ich hab ja eigentlich noch gar keine Farmen oder so. Ah. Da muss ich auch mal ein bisschen farmartisch bei. Hm, okay, dann mach ich ein bisschen. Hier sind überall irgendwelche Zombies und so. Ich mach Trick nochmal zu zählen. Wann kommt der? Iiii. Und Maie. Das dreht mich auf. Okay. Das dreht mich auf. Okay, nach einer Unterbrechung sind wir wieder da für die. Äh, äh, ZDF. Ja. Hast du die Mieb? Nee. Boah, Digga, was ist so viel Mensch? Ich muss kurz mein Zug auf, äh, so anhalten, mein ich, Digga. Hä, krass, ich kann so Emots machen. Emots. Emots. Hä, wirklich? Ist voll cool. Hä, guck. Ich kann mal zu hier. Ah, Digga. Sehr teure Sachen habe ich hier. Lass es, Digga. Mach, nerv nicht. Was ist das? Hä, das ist sehr gut, ja. Hä, Digga, was machst du? Ich verstehe gar nicht, wie es geht. Hä, das musst du einfach nur gedrückt halten, das vielleicht. Ja, aha, gedrückt halten und verteilen. Dann so verteilen damit, mit dem linken Joystick verteilen, dann nix gedrückt halt dabei. Wir spielen natürlich auf dem PC, weil wir ja großverlieren sind. Achso, ja, ich stimmt, muss gedrückt, Digga, lass es. Nerv dich, ich bin noch einmal da runtergehst, ne? Ja, ich wollte das nur verteilen, weil das so Spaß macht. Digga, ja, ich bin ja schon weg. Eine Sache, Mann, ich, ist. Digga, ich verschwenden einfach mein Schwert für so für dich, Digga. Ja, ja, mein Schwertschule fast bis zu elf, wegen dir. Meinst du schon ein Prozent, mein ich Eisenschwert? Äh, okay, also mein Haus ist nicht ganz abgefackelt. Ich erfordere, weil ich eine Abfackelung. Digga, ich fackel gleich dein Gesicht ab. Digga, hier eine Karte kannst du haben. Kannst du mir eine Truhe geben? Ja, warte mal. Digga, hast du keine Holz? Doch, aber ich hab keinen Bock, mir das Holz auszugeben. Digga. Digga. Ja, okay, dann mach ich mir halt zwei Toren hier. Hä? Digga, warum elf auch so? Ähm. Tschüss. Was? Digga, was machst du schon wieder? Das weiß ich nicht. Das war Digga. Kindfamilien irgendwelche Sachen. Hahaha. Ah, Digga. Das ist Sakura. Hm, ja, 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 das glaub ich ja auch. Warte, was wollte ich nochmal machen? Ah, ja, stimmt. Na, wer mal. Na, wer mal. Also, ich hab hier so ein bisschen eher, muss ich sagen, und ich wollte mir so geile, saftig, schnaftig, maftig, maftig, gefahren bauen. Digga, bist du da? Ja. Ja, äh. Ich dachte, das ist ein bisschen schwer. Ah, Digga. Oh, oh. Ich hab mich so erschrocken. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Du, was mit dem Mikrofon hast du dieses Hälfte Mikrofon, und dann was rein. Ach so, ich dachte, so in diesen großen da. also habe ich aber ich habe irgendwie so ein Kabel davon verloren dass ich benutze ich bin hier die Tür ist zu ich kann es nicht gewesen ich habe doch gesehen wie du die Tür zugemacht hast du immer nein du hast es nicht gesehen du musst dich das macht der keck hier was macht der keck hier und abonniere einfach den abholen die den allerichten da habe ich schon nicht okay das tut ja was du hast du was ich höre ich gerade irgendwie typischen Lieder oder so nach mann ich muss ich baue mir so ein kleiner füte sehen wir an meinen kopf herr guck mal digga kannst du auch mal irgendwas produktiv ist immer an bauern aber das ist nicht so gut weil das ist produktiv um an lasse die gar nicht die ganze Zeit hat sich zu streiten so und sie geht und so ist es nicht wir müssen uns auch noch holen die gar nicht nicht das ist ja nicht 2 das bringt der ehemalige historie und heute ist es mein der ist hier ich habe ihn gefunden hier ich bringe ihn wieder zurück zu seinen ursprünglichen platz so hab ihn okay lass jetzt das näher portal bauen also stimmt wollte ich auch und danach beende ich dir auch die folge was ist ja so schnell du machst es noch 40 minuten ich schneide was für 40 minuten ich schreibe das natürlich noch alles dauert da dass ich jetzt noch so nach ja was du wirst das das ist das ist in der weg geschmissen ich bin beim unzug verloren gegangen sein ja ist weg ich habe so gerade noch gesehen wie es ausgenommen hast aber brauchst du jetzt meinst du brauchst du es auf ich sind dann ich mache das ich mache es eigentlich immer ein haus ja das so gute idee ich muss in meinem haus ja das sind gute idee also eine bessere kenne ich nicht ich hole das feuerzeug dann rutscht es mir auf keinen fall aus hahaha ja jetzt ich brauche schaufeln das ist ein wenig das hast du sachen sachen ja ganz was das gehört das ist das gedreht richtig fast wo ist das jetzt aufgebaut nee ich muss noch den gang hier war mein gehort das oh digga jetzt ist sogar noch ein hund rausgekommen wenn ich sie mache wie dumm hier kann man sich anbunden sind ok muss ich einfach nur mit holz hier zu machen hallo jetzt war es nur total viel zu uns aus schutz ist einfach ganz schnell nein es muss ja groß sein es muss ja vier blöcke oder so hoch sein naja bis sie in die warte doch ich nicht macht es kurz weg kannst du mir das geben was für ein trotz tropft mehr mal die sachen das so obsidian so hier man kommt so wie sie 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 ich muss noch ein bisschen absolut genau was ich habe ich bin ja okay das mache ich später es muss so wissen dass da um sie sich ist ja jetzt zu macht es sich sehen der ist ein bisschen komisch das ist nur schlafen das ist auch so was funktioniert das ist auch sehr gerne ja okay es wird noch trommelwirbel machen die Kassel das ist gemein als heute noch ein Schuss an das sollten schönes Ding sein was soll das ist es macht es nicht mehr so dass er aus Warte ich noch kurz zu machen wir haben sich zu machen natürlich nicht ich darf man kann so abdauern nur einen Weg der Wurzelt und schlicht zu sein geschehen es ist eine große Profil bis zum Faker ab dem Motto okay ist das die Schuhe aus der Aufsage jetzt beziehen wir einfach dass die Nähe sofort an Land ist die Lerner an uns und das ist aber nicht so dass er sich in der Falle das ist ein Leben so dass man aber jetzt ist der Grundsatz aber es ist ja nicht so weit sind die Menschen mit raus und das ist immer ein Eisensort mit einem Leben und das ist es im Ansatz des Pferde krieg ich so ein Hals so eine Krawatte Digger ist er hat immer noch nicht geladen bei mir immer noch nicht aber jetzt aber jetzt ist es okay oh mein Gott ich schon mal ganz gut hier auch sowieso Quarz hast du eine Spitzsache dabei ist nicht Digger ist aber doch gar nicht bohrt der Assistenz hier los Digger ich habe mich mit dem Sohn vergessen da Gold kann ich auch immer gebrauchen auch cool habe ich eingesammelt nein Spaß oh das kann ich auch gebrauchen das ist sehr richtig und wichtig Digger geh mal weg es geht mir ja Digger ich habe zwei eingesammelt sonst steige ich dich mal okay ja Digger hilft doch nicht komm was gehst du kauft dir was eigenes ja ich habe meine Sachen vergessen ja dann hast du Pech du brauchst es doch eigentlich doch ich brauchst mein Haus Digger ich brauche das für eine Rest zu Entschaltung Digger geh mal weg dass ich hab ich hab eh kein einziger gesammelt ja fährst das auch zwei ausgesammelt ja zweifel ich guck noch hier ob die Gold ist eigentlich schon noch raus ne hier kann man rausgehen ne das ist mega ich gehe nach Hause hier ist bestimmt nichts besonderes ne Hälfte ist der Not auf den Nenner und hier ist noch was aber wir sind sie in den Türen da ist möglich ich weiß ich habe nicht mehr raus doch doch jetzt und sagt und jetzt nichts zu gehen in die Gäste ist in der Tür kommen und kommen noch raus ich bin hier in diesem fügel ich kann nicht sehen das ist einfach der ausgang ich kann nicht sehen hier ist alles folgt die geringen ist okay okay gut komm raus digga ja digga was hast du gemacht hast mich da eingeschwärtig ja ja ich zinn's einfach an dann geht's weg okay wir müssen jetzt auch schlafen kommen jetzt das ist so gerne eine Hexe äh guck mal oh nein ich das nicht wüsste ich komm jetzt umbrella digga warum bin ich jetzt wieder oh mein gott oh ne hier ist ein kripp digga vor mir das haustür sogar okay komm jetzt okay komm okay cool digga ein krepp greift mich gerade an oh man der hat mein ganzes haus abgesprengt was machst du da eigentlich ja ich baue mir ich glaube ein neues haus ach digga was für ein neues haus neues so ich würde auch sagen das war's bei mir mit der folge lasst gern ein like und ein abo da und tschüss